Schönen guten Morgen, ich wollte frohe Ostern wünschen, ja und bleibt gesund, wegen der Corona-Zeit ist ja eine schwere Phase, aber das werden wir ja alle packen. Ich wollte nur mal gerade frohe Ostern wünschen, wie gesagt, ich werde heute noch ein, zwei Videos hochladen und wollte euch nur sagen, frohe Ostern, bleibt schön gesund. Ja, wir sehen uns dann später, ich mache vielleicht heute auch noch Livestream, wie gesagt, wäre schön, wenn ihr Daumen nach oben liest. Ja, und den Kanal abonniert, um keine Videos mehr zu verpassen, also ich würde sagen, bis zum nächsten Mal, Dankeschön fürs Zuschauen, ciao. Vielen Dank.